Freunde, es gibt da echt eine spannende Software, die benutzt die CIA. Und zwar ist das eine Software, wo man Menschen das Gesicht anhand vom Foto eingibt und dann wird eingegeben, wie verändert sich dieser Mensch in den nächsten 15, 15, 20, 25 Jahre. Das ist eine Software, um vermisste Menschen zu suchen, um zu gucken, wie können die sich verändert haben. Und da habe ich eine Sendung darüber gesehen und auch gesehen, die haben das gemacht und haben dann tatsächlich jemanden gefunden und haben dann das Bild, das sie da über die Software kreiert haben, haben die verglichen dann mit dem gefundenen Menschen. Das war echt krass, wie ähnlich die sich sahen, was die Software alles kann. Da werden Parameter eingestellt, wie könnte das soziale Umfeld sein, wie könnten die sich ernähren, machen die Sport anhand von den alten Daten, was sie haben, stellen die dann die entsprechenden Parameter ein und lassen dann die Software arbeiten, wie verändert sich dieser Mensch. Das ist sensationell, was dann dabei herauskommt. Und diese Software hätte ich auch gern. Nur für was ganz anderes. Denn es gibt viele Menschen, die tun sich echt schwer, wenn es darum geht, die Wichtigkeit des Investments in die eigene Gesundheit zu verstehen. Also ich habe diese Kandidaten da, die tun sich unglaublich schwer zu sagen, ja, ich müsste aber für meine, oder ich sollte, ich will für meine Gesundheit einfach mehr tun. Die tun sich unglaublich schwer. Denn es geht ja noch. Es sind 1,80 Meter groß und haben 100 Kilo. Ja, aber das geht schon noch. Ich kann schon noch zwei Stockwerke hochlaufen. Ja, ich bin schon noch relativ fit den ganzen Tag. Relativ. Ja, das ist ja nicht so schlimm und der Blutdruck ist ja nur leicht erhöht. Und es ist ja kein so ein großes Übergewicht. Es sind ja gerade mal 20 Kilo Übergewicht. So schlimm ist es nicht. Und meine Fitness, so schlecht ist die auch nicht. Ja, es ist ja schon anstrengend, wenn ich meinen Enkelkinder nachrenne. Ja, es ist anstrengend. Aber so schlimm ist das nicht. Und genau für diese Menschen hätte ich gerne diese Software. Denn da könnte man mal eingeben, Entschuldigung, den jetzigen Zustand. Und dann einmal draufklicken, dass wenn sie ihren Lifestyle nicht verändern, wie verändert sich dann in den nächsten 15, 15 und 20 Jahren? Wie verändert sich die Gesundheit? Was macht das Herz? Was macht die Leber? Was macht der Darm? Was machen die Nieren? Was macht die Leistungsfähigkeit im Gehirn? Was macht die Körpersprache? Was macht die Gewichtsentwicklung? Was macht das Thema Diabetes? Diese Software hätte ich gerne. Denn wisst ihr, was das Problem ist? Diese Entwicklung ins Negative. Schlechtere Mobilität, Übergewicht, die Leistungsfähigkeit sinkt, die Körpersprache leidet. Das ist alles ein ganz schleichender Prozess. Das ist nicht so, dass es Schnipp macht und da haben wir 20 Kilo mehr auf den Rippen, sondern das ist ein super schleichender Prozess. Das Auge gewöhnt sich ja dran an diese Optik. Auch unser Gefühl der Leistung gewöhnt sich ja auch daran. Das ist nicht so, dass wir von jetzt auf nachher keine Leistung mehr haben. Das haben wir mal, wenn wir krank sind. Wenn wir denken, shit, was ist jetzt los? Mir fällt ja 30, 40 Prozent Leistung. Da sind wir überrascht und denken, oh wow, wie schnell geht das? Da geht es relativ schnell. Aber wenn es ein schleichender Prozess ist, dass eben einfach im Jahr ein Kilo dazukommt, noch ein Kilo, noch ein Kilo, noch ein Kilo, noch ein Kilo, niemand sind es halt 20, 25 Kilo zu viel. Und der Blutdruck ist halt mal bei 150 zu 110. Das ist jetzt nicht eine abrupte Änderung, sondern das geht schleichender, der Körper gewöhnt sich dran. Und erst wenn wir 70 Prozent Verlust haben, Leistungsfähigkeit der Organe, Leistungsfähigkeit des Gehirns, Leistungsfähigkeit der Leber, der Nieren, erst dann fängt der Körper an zu meckern. Und genau das ist ja das Problem, dass wir es vorher gar nicht mitkriegen, weil es ein schleichender Prozess ist. Ich habe ganz viele Leute hier, die zu mir kommen, das sind Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige. Und die sagen, ja weißt du, bevor ich meine Firma gehabt habe, da war ich schon fit. Und da zeigen die mir Bilder im Alter von 25, 30, wo ich dachte, ey, das ist doch nicht die gleiche Person, das gibt es doch gar nicht. Ja, aber da war es schon gut. Und da war es echt gut. Da habe ich mich wohl gefühlt, da war ich fit. Aber weißt du, da habe ich die Firma halt noch nicht gehabt und ich habe meine Familie noch nicht gehabt. Und die tun sich dann ultraschwer, wieder in einen gesunden Lifestyle umzusteigen. Warum? Weil sie zu mir sagen, weißt du, ich habe 20 Kilo Übergewicht, so schlimm ist das auch nicht. Und ich habe, normal müsste ich 80, ich habe 100. So schlimm ist das nicht. Und der Blutdruck ist ein bisschen höher, der ist bei 150 zu 100. Und die Leistungsfähigkeit, ja, die zwei Treppe hoch geht schon noch, aber ja, das ist schon viel, viel anstrengender. Und die sind 40 Jahre alt, 45, 50. Und haben teilweise eine Leistungsfähigkeit, eine 60, 65-Jährige. Und auch die Mobilität, das körperliche Erscheinungsbild, die Energie, die ist nicht mehr da. Ja, aber so schlimm ist es auch nicht. Ich bin mir 100% sicher, wenn ich diese Software hätte und dürfte das eingeben, würde ich sagen, pass auf, wir geben jetzt mal ein, wenn du es so weitermachst wie jetzt. Was passiert in den nächsten 15 bis 15 bis 20 Jahren? Wie wirst du dich entwickeln? Was macht dein Blutdruck? Was macht deine Herzleistungsfähigkeit? Was macht dein Herz-Kreislauf-System? Was macht deine Leber? Was machen deine Nieren? Was macht dein Körpergewicht? Was macht deine Mobilität? Was macht deine Kraft? Was macht deine Körpersprache? Was macht deine Mobilität? Und ich dann drauftricken würde, würden diese Menschen erschrecken. Würden sagen, Alter, das möchte ich nicht haben. Auf gar keinen Fall. Ey, nee, niemals, nie im Leben. Das Problem ist, es ist ein schleichender Prozess. Es kommt jedes Jahr ein Kilo dazu, 1,5 Kilo dazu, vielleicht 2 Kilo dazu. Bei manchen kommen in den ersten Jahren 5, 6, 7 Kilo dazu. Ja, ein Schwuppdiwupp ist man auf einmal nach 10, 15 Jahren ursprünglich bei 75 Kilo, bei 100, 105, 110, 115, 120 Kilo. Die Körpersprache entwickelt sich ja auch langsam negativ. Es ist ja nicht so, dass es schwupp macht, dann haben wir einen runden Rücken. Es ist ja nicht so, dass es schwupp macht, wir haben keine Energie mehr im Körper. Das ist ja alles ein schleichender Prozess von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Wir haben nicht mehr investiert in die Gesundheit. Das ist ein schleichender Prozess. Das Auge gewöhnt sich dran. Wir sehen ja keinen Unterschied von heute auf morgen. Unser Gefühl gewöhnt sich dran. 10 Jahre habe ich, das ist ja keine Änderung. Ich fühle mich gut, ist ja alles soweit in Ordnung. Würden wir diesen alten Zustand noch, dieses Bewusstsein einmal fühlen, können wir mal sagen, jetzt versetze ich mal 20 Jahre zurück, wo ich 30 bin. Und hätten dann dieses Gefühl, dann sagen, oh shit, was ist, was ist jetzt passiert. Genau das ist das, was ich ganz oft feststelle, dass vielen Menschen es nicht bewusst ist, dass es tatsächlich schon ziemlich spät ist. Es ist noch nicht 5 vor 12, aber es ist ziemlich spät. Und warum sich Menschen dann so schwer tun, aus diesem alten Verhaltensmuster, aus diesem ungesunden Lifestyle auszuscheren, auszubrechen, wieder versuchen, nicht nur versuchen, sondern tatsächlich intensiv in einen gesunden Lifestyle zu investieren. Natürlich ist es mir klar, was dahinter steckt. Es ist letztendlich die Energie, die fehlt. Und zwar, wenn ich schon eine bescheidene Körpersprache habe, brauche ich natürlich einen extrem hohen Aufwand, das zu ändern. Wenn ich mich über Jahre hinweg ungesund ernährt habe, ist es natürlich ein krasser Umstellungsprozess. Wenn ich schon seit Jahren keinen Sport mehr betrieben habe, ist es ein krasser Energieaufwand, das zu ändern. Und das ist energetisch superaufwendig. Wenn ich dann wenig Energie habe, weil ich im Essen keine gesunden Sachen zuführe, weil ich zu wenig schlafe, weil ich zu wenig Rücksicht nehme auf Bewegung, weil ich zu wenig in der frischen Luft bin, dann habe ich ja ein doppeltes Problem. Ich habe ja die Energie gar nicht dafür, die ich benötige. Denn für einen neuen Lifestyle treffen wir ständig Entscheidungen. Und zwar Entscheidungen, die noch nicht in unserer Routine drin sind. Und Entscheidungen, die noch nicht in unserer Routine drin sind, die sind energetisch aufwendig. Entscheidungen, routinierte Entscheidungen, also Dinge, die wir immer tun, die kosten uns keine Kraft mehr. Wir wissen, was wir tun. Bei neuen Sachen überlegen wir erst zwei, dreimal, soll ich es tun? Wie werde ich es tun? Was muss ich tun? Und das kostet unglaublich viel Energie. Wenn man dann schon gar keine Energie hat, weil man eben über die Ernährung keine gesunde Energie zuführt, sondern nur Sachen zuführt, die Energie kosten. Wenn man sich nicht mehr bewegt, weil man eine Routine hat, nicht schlafen, nur noch nachts fünf Stunden. Wie reichen fünf Stunden? Ich bin fit. Natürlich bist du fit. Natürlich ist derjenige fit, weil den Unterschied nicht kennt zwischen fit und fitter und am fittesten. Genau das ist ja die Herausforderung. Und sobald man dann tatsächlich mal sechs, acht, zehn, zwölf Wochen drin ist, dann kommen die bei den Coaches die Aha-Effekte und sagen die zu mir, hey Andreas, wenn ich das schon früher gewusst hätte, dass ich mich so wieder fühlen kann, dass ich den Energiespiegel wieder so weit hoch bekomme, wie vor 20 Jahren, dass ich auch wieder was die Kleider anbriefe, fast die gleichen Hosen an habe wie vor 20 Jahren, die gleichen Hemden. Andreas, ich habe aus meinem Schrank Kleider rausgeholt. Die haben mir vor 20 Jahren gepasst. Das gibt es doch gar nicht. Und ich fühle mich wieder so viel wohler. Ich habe schon wieder so viel Energie. Ich bekomme so viel Anerkennung von außen rum, von meiner Frau, von meinen Kindern, von meinen Mitarbeitern, die sagen, hey, was ist mit dir passiert? Das ist so unglaublich, wie du dich entwickelst. Und das mit über 40. Aber genau diesen Punkt zu erwischen, sagen, ich steige jetzt ein. Was muss passieren? Bei den meisten muss es wehtun. Ist der Schmerz nicht groß genug, kommen wir nicht ins Handeln. Ja, das ist ein schleichender Prozess. Ja, ein bisschen hoher Blutdruck ist nicht so schlimm. Ja, die Knie tun halt ein bisschen weh. Ja, ein bisschen weh. Und noch ein bisschen mehr weh. Und der Blutdruck steigt noch weiter. Und das Herz wird noch schwächer. Die Leistungsfähigkeit geht noch runter. Wir gewöhnen uns an alles. Und finden es dann auch noch normal. Natürlich ist es normal, weil wir den Unterschied, den ich überkenne, der liegt ja 10 Jahre zurück. Und genau das ist die Herausforderung. Genau aus diesem Grund würde ich gerne über diese Software für mich anpassen lassen und damit geistige Brandstiftung hoch 3. Und du sagst, es ist gemein. Nein, das ist nicht gemein. Das ist überhaupt nicht gemein. Das hat nichts damit zu tun, dass man jemanden wehtun will. Das hat nichts damit zu tun, dass man jemanden bestrafen will auf gar keinen Fall. Denn man tut diesen Menschen einen Gefallen. Würde ich nie vergessen. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Menschen, die gesund sind, die haben super viele Wünsche. Und Menschen, die krank sind, die haben immer nur einen Wunsch. Was nutzt uns der ganze Erfolg, alles drum und dran, wenn wir physisch und psychisch darunter leiden? Wenn wir irgendwann den Erfolg gar nicht mehr feiern können, weil wir vergessen haben, das Reinvestment zu gestalten in die Gesundheit, in mehr Schlaf, in mehr Ruhephasen, in mehr Sport, in eine gesündere Ernährung. Nicht schwierig, ne? Müssen wir erst darauf warten, bis es wehtut? Warum warten wir erst überhaupt, bis es wehtut? Von uns wird immer verlangt, wir müssen frühzeitig anfangen zu sparen, dass wir den nötigen Rückhalt haben. In der Gesundheit gilt das Gleiche. Eine präventive Maßnahme ergreifen, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, dass die Hütte brennt. Das ist die Maßnahme, die wir ergreifen sollten. Und genau deswegen gibt es jetzt auch diesen Podcast, gibt es genau aus diesem Grund dieses Video. Genau aus diesem Grund. Um dich daran zu erinnern, dass du vielleicht jetzt schon in einem Zustand bist, der nicht mehr gesund ist. Du merkst es nur noch nicht, weil du erst bei 50, 60 Prozent Leistungsverlust des Organes bist und erst ab 70 Prozent fangen die Organe an zu meckern. Das sollte nichts anderes sein, wie einmal wachrütteln bitte. Wenn ich das jetzt geschafft habe, dass ich dich wachgerüttelt habe, und du sagst, ja, du hast recht, Andreas, ich sollte dringend mal wieder was für meine Gesundheit tun, ich sollte dringend mich gesünder ernähren, sollte unbedingt abnehmen, sollte unbedingt mehr Sport betreiben, sollte unbedingt besser schlafen, vielleicht sogar länger schlafen und ich soll dafür sorgen, dass ich meinen Stress abbaue, dass ich meinen Cortisolwert senke, dass ich dafür sorge, dass ich besser schlafe über einen höheren Melatoninwert, weil der Cortisolwert sinkt, dann fragst du dich, ja, da hast du recht, aber wie mache ich das denn überhaupt? Wie gehe ich strategisch am besten vor, so dass dieses Vorhaben auch von langfristigem Erfolg gründest? Denn diese kurzfristigen Sachen kennt ihr ja alle, mal zwei Wochen im neuen Jahr, drei Wochen, in einer Zehn-Tages-Challenge, in einer 21-Tages-Challenge ernähren wir uns mal gesund, lassen den Zucker weg. Kann das funktionieren? Wird das funktionieren? Nein, es wird nicht funktionieren. Und es wurde natürlich auch schon ganz oft bewiesen, dass es nicht funktioniert. Genau deswegen kannst du jetzt sagen, lieber Andreas, kannst du mir dabei helfen? Kann ich deine Hilfe in Anspruch nehmen? Und dann darf ich dir sagen, ja, das können wir sehr gerne machen. Und jetzt kannst du einmal bitte unten in die Shownotes reinschauen und da findest du die Page von mir und zwar andreas-trienbacher.com Und da kannst du jetzt reingehen und kannst deinen Wunschtermin eingeben und dann sehen wir uns in Kürze entweder direkt hier vor Ort oder per Videocall bei unserem ersten unverbindlichen, kostenfreien Erstberatungsgespräch. Bis dahin, mach's gut, alles Gute, hier war Andreas Trienbacher, dein Performance-Coach.